Ich bin in der B-Jugend, im älteren Jahr B-Jugend, zu Bayern gewechselt, haben ihre Scouts überall gehabt. Und dann hat mich Wolfgang Tremler damals angerufen, beziehungsweise erst mal meine Eltern. Das war ganz lustig, weil beim ersten Telefonat hat mein Papa wieder aufgelegt, weil er gemeint hatte, es wäre ein Spaß, jemand macht sich ein Spaß, dass der FC Bayern anruft. Ich habe Realschmidtler Reif gemacht, was im Nachhinein aber gar nicht so schlecht war, weil ich somit schon im jüngeren Jahr A-Jugend schon auch teilweise bei den Profis mit trainiert habe, bei Ottmar Hitzfeld. Das war dann schon für mich als kleiner Junge sehr interessant, mit Henke und mit Hitzfeld da zu trainieren, dann Größen wie Scholl, wie Deißler. Mit Deißler habe ich relativ oft sogar trainiert, weil er damals verletzt war mit seiner Knieverletzung. Und ich war da so ein bisschen sein Aufbaupartner.